Spielt Aussehen eine wichtige Rolle im Dating-Kontext? Ja, natürlich spielt Aussehen auch eine wichtige Rolle im Dating-Kontext. Insbesondere beim Online-Dating und wenn es darum geht, im Club einen One-Night-Stand mit nach Hause zu nehmen, dann würde ich sagen, spielt Aussehen eine riesige Rolle. Wenn es aber darum geht, einfach nur entspannt eine Frau anzusprechen und kennenzulernen, auf der Straße zum Beispiel oder im Freundeskreis, da wo sich ja auch tendenziell eigentlich die besten, tollsten Frauen aufhalten, dann würde ich sagen, spielt das Aussehen eher eine etwas untergeordnete Rolle und ganz, ganz viele andere Punkte sind auch noch relevant. Was ist deine Meinung da? Schreib's mir in die Kommentare und folge mir für mehr Dating-Tipps.